Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber da ist es auch schon wieder gelaufen. Aber es herrscht eine Bombenstimme. Wilder ist glücklich und amüsiert sich prächtig. Na ja, fast. Es ist beeindruckend, wie du das hinkriegst, wie du auch noch die simpelste Aussage auf eine gewisse Art verdrehst und dir einen negativen Beigeschmack verlässt. Ich habe mich daran gewöhnt, alleine zu arbeiten. Aber manchmal arbeite ich auch mit jemandem zusammen. Daraus ist aber nie eine Partnerschaft geworden. Mein Talent liegt in solchen Dingen, wie du siehst. Woher weißt du das ganze Zeug? Verplemperte Jugend.